Fraktale. Was sind Fraktale? Fraktale sind Objekte oder Muster, die ein hohes Maß an Selbstähnlichkeit besitzen. Das heißt, die Objekte bestehen aus mehreren verkleiderten Kopien von sich selbst. Hier mal am Beispiel des Pythagoras-Baum. Das ist ein Baum. Wenn man sich jetzt aber Teile dieses Baumes anschaut, sieht man, dass diese Teile analog aufgebaut sind wie das gesamte Muster. Also hier der große Baum, hier ist jetzt ein kleinerer Baum, hier ist noch ein kleinerer Baum, hier ist noch ein kleinerer Baum und so weiter. Das sind Fraktale.